Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Liebe Piraten, Piratinnen, Klabauter Frauen, Klabauter Männer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt hier immer noch bei der Mission dieses Kriegsschiffes. Was wir versenken müssen. Und da haben wir uns ja beim letzten Mal ein bisschen schwer getan. Und wir sind mitten in der Mission und ja, sobald wir hier wieder reingehen, geht die Action los. Und ich würde sagen, let's do it. Ah. Ah, was? Wir sind nicht aus der Reichweite. Oh, das Schiff, habt ihr das gerade gesehen? Etwas schneller. Treffer. Feuer. 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 Na, komm. Feuer. Alles klar, wenn wir aufkommen. Feuer. Au. Feuer. Feuer. assessor. Das ist das. Ja. Ich weiß. Feuer. Ja. Da ist sie am schlechtsten. Feuer. Anone bereit. Geht Iran auf den Weg. Ja, Käpt'n. Da sind sie am empfindlichsten. Mach es auf dein Zeichen, Käpt'n. Feuer. Ah, fahr ruhig rein. Kann ich auch. Ah. Rum, 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 rum. Abends gleich. Ja, komm nur ruhig näher, komm. Irgendwann nicht mit dem Mörser? Okay. Ah ja, leider. Rum, 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 rum. Okay, jetzt entern. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Und es sinkt nicht wieder. So, Marsch, Marsch. Jetzt wird es interessant. Und... Oh. Da komm. Regnerischen Käpt'n töten. Okay, dann müssen wir jetzt... rüber. Oh, er hat mich runtergeschubst, die Sau. Diese Ratte. Und was kommt? Will eingreifen. Erledigt sie alle, Jungs. Keine Gnade. Ich walte euch alle, die zwei. Mann. Wir gehen hier einfach mal zu euch. Heute werde ich nicht sterben, Faschade. Komm schon. Boah. Ach, ich unterschüsse, Männer. Ja, was kommt? Kannst du drei Kämpfen, noch zu euch? Schön und klar. Ja, was kommt, verrecke. Oh. Lois. Okay, den Käpt'n haben wir. Was machst du denn? Wir sehen doch nicht den an. Was hat der den angevisiert? Oh. Boah, ey. Boah, ey. Na, was kommt? Eins haben wir noch. Ah. Jetzt hat sie uns doch noch dahin gerafft. Verdammt. Oh. Ich hoffe, wir müssen es nicht nochmal machen mit dem Schiff jetzt. Dass wir direkt... Na doch. Wir müssen nur drauf zu. Okay. Alles klar. Alles klar. Na, komm. Das Ding kriegen wir nicht. Okay. Oh. Komm, zötet dich doch mal. Mann. 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 Kannst du frei kämpfen, Freund? Schön und klar. Einen haben wir. Ah. Mann. 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 In einer Welt ohne Gold wären wir Helden gewesen. Scheiße. Scheiße. Neh, neh? Verdammt. Alter, nee, das ist... Schneller, komm, wir müssen abhauen. Wow. Komm, wir müssen abhauen. Oh, lass mich doch vorbei, Mann. Oh, nee, ernsthaft? Das ist ja echt übel gerade. Meine Güte. Ich weiß gerade nicht. Ich hoffe, wir werden mehr entkommen. Sir, es ist mit Thatch. Ist der Tod? Captain? Er trinkt, verdammt. Oh, ja, 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 ja. Das war jetzt aber böse. Aufgeblasene Bastarde. Okay, da geht's als nächstes hin. Hier ist eine Inselgruppe. Ähm. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwo mal gescheit hinreisen können. Ich bin jetzt... Die Stimmung ist gerade echt ein bisschen gedrückt. Ich meine, der war zwar durchgeknallt, der Typ, ne? Aber, äh... Ey, er war auch unser Kumpel, ne? Ich mache ja nur... Na, also, wenn der jetzt wirklich tot ist, das wäre schon übel. So. Okay, dann lass uns mal... Schauen, dass wir da hinkommen. Irgendwie. Oh, 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 oh. Und wir sind auf dem richtigen Kurs. Ja, und auf dem richtigen Kurs. Wir segeln jetzt hier lang. Da ist was. Da ist was. Von Backbots, Sir. Dort drüben treibt ein Mann, Sir. Ja. Wir greifen mal jetzt nix an. Holen uns aber stattdessen mal das Vieh, was da vorne ist. Captain, Fleisch für die Suppe. Nur eine Harpune entfällt. Segelreffen, raus aus der Böse. Machen wir auch. Findet die Harpunen los. Nehmen wir mit. Ja. Wir fählen, bei den Dolm. Er ist da drüben. Bullenhai. Daneben. Geduld, Geduld. Wo ist er? Er ist vor dem Backbordbuch. Seh ihn nicht. Ah. Das Seil hält stand. Festhalten. Das schmeckt ihm nicht, ne? Hahaha. Klasse Stein nebengebrochen. Na. Hab dich. Erledige ihn, Sir. Na komm. Das Seil ist los, Captain. Hat das jemand gehört? Ein Treffer fehlt noch. Achtung, Backbord voraus. Ja. Der ist der Lieb. Festhalten. So. Hui. Sehr gut. Gut gemacht, Captain. Alle Segel, sie verdreht das. Genau. Wieder Vollgas. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. 6000 Meter. Ah gut, sechseinhalb. Was haben wir da? 23. Wir legen uns da momentan aber nicht mit an. Nein, den nehmen wir mit. Wir brauchen eine Mannschaft. Steuerbord, Captain. Da ein überlebender Aufgeilen. Eben und verbaut. Ja. Schnell wieder rum. Berunst sie. Alles setzen und schafft zum Winter ausrechten. Schothorn an die Schoten. Na. Ich will kein Ärger jetzt. Vollgas. Von Steuerbord. Da treibt etwas Frachtgut. Ja. Vollgas. Vollgas. Vorsicht, Captain. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Hm. Wurde Karte gucken. Wie wir da hinkommen. Könnten wir auf Punto Garico. Gehen. Vielleicht sollten wir mal einen Zwischenstopp machen, ne? Was ist denn das da? Das ist ein... Ist das ein Wrack? Oh. Level 34. Ei, 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 nee, 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 nee. Das tun wir uns nicht an. Mal gucken, ob wir hier irgendwo anlegen können. Gegner kommt auf uns zu. Ein Kriegsschrift. Spanier. Nur das eine Schiffkette. Ja, reicht ja auch. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Genau. Wir umsegeln das Ganze. Erstmal. Ich meine, wir sind schon durch den Sumpf gesegelt. Da werden uns ein paar Klippen hier ja kein Problem bereiten, oder? Noch ein Überleben da. Sehr gut. Nehmen wir mit. Vorne treibt er. Ja, nehmen wir mit. Gucken wir mal kurz Karte. Sollte klappen. Ist aber noch ein weiter Weg. Weit, weit, weit. Ich würde mal sagen, ich segel offscreen dorthin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen schon mal. Beim nächsten Mal werden wir dann genau hier weitermachen. Das ist der Plan. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns bald wieder beim nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.TV. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020